Herzlich Willkommen zu Let's Play Mario Kart 7 4K K Höhöh Aber trotzdem hat mich das gewurmt Teil 2 von dem Ospeth ist bei B.U.B.Clan Charaktere Ehre Wie ihr seht, präsentiere ich euch mein Schmackslob Bo 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 b Prank Hehehehe Man kann endlich mit einem Gleiter fliegen fliegen Aooooo Ooooo Gerade mit Pilzen sollte man die nehmen Wait a minute Gerade Pilzen sollte man nehm Backfisch? Wait a minute Backsteinfisch? Steinfisch? Optimal real gesehen in Heftig Hooooo Wir könnten ja eher auf der Strecke WAS ZU HÖLLHE WAS W 일본 DAS DIN BETRUG Zum Beispiel hätten wir hier Mario Kart Wii oder was? Ja Bruder du bist ja dumm SAWAS HOLY SHIT Sollten wir direkt nehmen Es ist halt einfach frischer Wind und macht mir großen Spaß. Spaß. What the hell? Nein, doch. Excuse me, what the fuck? Das ist zu risky. In die Kanalisation. Nun. Oh, das ist Betrug. Genial. 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 Und nun kommen wir. Ich habe einen Like verdient. Also liked jetzt ihr H.U. Unspektakulär. Ist Perfektion. Es ist absolut geisteskrank. Wir sind alle immer mit Luigi. Der ist eine Gurke. Ey! Ey! Und jetzt, weil ich den Pilz passenderweise bekommen habe, kann ich auch gleich eine Mega-Shortcard zeigen, die es natürlich auch schon auf dem N64 gab. Aber yeah! Willst du mich für den Pilz verkaufen? Weißscheiten mit Domtendo. Gerade dafür, dass die so alt ist, macht die echt einen guten Job. Aber ja, ich liebe meine Mutter. So krass und geil und yeah. Das ist geil. Verdammte Blue Shels. Ich sollte euch vielleicht aufklären, dass es ein schwieriges Thema ist. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Einer davon ist Wiggler. Bruder, du bist ja dumm. Das weiß doch jeder, dass es Wiggler heißt. Kali-Mari-Wüste. Wiggler-Mini. Mari-Kali-Wüste. Finde ich witzig. Blitz-Kugel-Willi. Donkey Kong. Nimm. Donkey Kong ist nicht bekannt für seine Dschungel-Strecken. Okay. So. Wo ist Daisy's Girls? Und die größte Neuerung ist natürlich der Pool. Pool Mario Kai-Wü. Mit dem linken Arm ist er noch am Steuer. Ja gut, logisch. Sonst könnte er ja nicht lenken. Oh, das war knapp. Ja. LOL ey. Hallo aus dem Weg. Der Boss kommt. Das sieht echt spaßig aus. Das ist zumindest meine Interpretation. dass das bis hierhin immer ein und derselbe Lakitu war, der diesen Job verrichtet hat, der aber dann gekündigt hat und sich selber als Rennfahrer aufstellen ließ, weil er so Bock bekommen hat. Weil er so Bock bekommen hat. So, so, so. Das tat jetzt aber ganz schön weh. Brutal eine Teil, nur die Mario Kart 7 Versionen komplett Die Strecke ist einfach cool. Aber bei der Flugpassage muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht seinen Koch rappelt. Ja, lol, ey. Das ist risky. Und dann kannst du mich immer begeistern. Das find ich wirklich witzig, wo du halt richtig weit springen konntest. Das wäre schön die Strecke noch mal zu sehen Was ist denn mit Carsten los? Gefalle Das sieht gar nicht gut aus Was macht was? Die erste Hälfte ist eigentlich ganz geil Die zweite mag ich nicht ganz so So Hosen Was? Ha Aber ihr könnt mir ein bisschen Liebe dalassen Mit einem Like, da sag ich danke Und dann sehen wir uns wieder beim Spiegel-Modus Tschaui